hallo und herzlich willkommen aus lati zackt und einer weiteren partie backgammon wir spielen heute das backgammon von ridigammon.com das spielen wir auf pc wir machen nicht lange rum wir fangen an so sieht es da aus wir starten machen mal ein spiel dann kommen wir an best of drei normalen backgammon immer das musik an dieser mann bin ich schon dran oder was 4 und 2 und die hause geschmeißt Aber ich ist halt, kö? Ja, stimmt. Ich hoffe, ich habe ja doch vier und zwei, oder was? Ich habe das schon wieder rausgeschmeißt, wie ist das gegangen? Ah, äh, die Würfel, Autorolle, was ist das eigentlich so, sechs und fünf? Kann ich gar nicht, dann muss ich auch schon raus. Ah, ich habe jetzt verdoppelt, acht, die Scheisse. Ja, ja, ne. Ich bin immer so, hat auch. Sex, man sieht. Ja. 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 ja klar zwei und eins drei und zwei haja so als scheiß würfel 4 und 3 eins so 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 2 und 1 ich fange immer so scheisse an so let's go with the garnish auto roll so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, genau, danke. Aber kann ich nicht weiter. Bis zum nächsten Mal. 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 4 und 1 1 2 3 4 5 6 6 und 5 6 1 2 3 4 Alter, das ist ja der Rex Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Kion 4 Da hat allerdings auch immer das Glück Als ich Kion nicht trifft Ah, das kann ich nicht mehr Dann will ich hier runter So nämlich 4 und 2 4 und 2 Ah 5 und 2 1, 2, 3, 4, 5 Und 2 So nämlich Ist es auch 4 und 5 5 Also 5 Aber zuerst muss ich 6 setzen 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 6 und 3 1, 2, 3 Okay Ah, das wäre doch Glück So 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 Ich würde die ganze Seite einen Scheiss-verdopplungswürfel unter die Nasen heben. Ja. Aber zeig für Badel, der musst du holt. HAHAHAHAHAHA! Geh wollen! Na man darf's doch nicht runterkriegen lassen. Ah mit hängern Würge, zwei Bunkel gemacht? Das hat mir jetzt Spass gemacht. Das haben wir gewonnen. Damit beenden wir die ganze Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten, bleibt ihr seid, genießt euer Leben, hat Spass. Wie findet ihr das, Backgammon? Von Greedy Gammon? Muss man runterladen auf der PC, aber dann... Sieht nicht schlecht aus, oder? Über Gnu-BG kann man auch Analysen machen. Das zeig ich dann andermal. Also... Bis die Tage. Bis zu einem nächsten Video auf meinem Kanal. Bleibt gesund. Lauti sagt... Zufrieden. Tschüss. Nice. Dad dauert hier. Busли near. Get angst. Jetzt noch mal wieder. Vielen Dank.